Heute möchte ich euch erzählen, wie ihr internationale Fachkräfte in euer Unternehmen integrieren könnt. Stell dir vor, du begleitest jemanden aus einem anderen Land auf seiner Reise in ein neues Leben und eine neue Arbeitswelt. Diese Reise ist voller Herausforderungen, eine fremde Umgebung, Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede. Aber du kannst dabei eine entscheidende Rolle spielen. Beginnen wir mit der Zuweisung eines persönlichen Ansprechpartners, eines Mentors. Dieser Mentor wird zum ersten Freund und Ratgeber im Unternehmen, der hilft, die ersten Tage zu meistern. Stell dir vor, wie wertvoll es ist, jemanden an der Seite zu haben, der dir alles zeigt und dir hilft, dich zurechtzufinden. Auch die Wohnungs- und Behördengänge sind Schlüsselaspekte. Du könntest eine temporäre Unterkunft bereitstellen und bei der Wohnungssuche helfen. Stell dir vor, wie erleichternd es ist, wenn die Sorge um ein Dach über dem Kopf genommen wird. Die ersten Tage im Unternehmen sollten gut strukturiert sein. Eine Mappe mit wichtigen Informationen, ein detaillierter Einarbeitungsplan und vielleicht sogar Sprachkurse können das Eis brechen und helfen, sich schneller einzuleben. Und schließlich denke an die soziale Integration. Das Einbinden in Teamsport oder Stammtische bietet die Möglichkeit, neue Freunde zu finden und sich außerhalb der Arbeit zu vernetzen. Indem du diese Schritte umsetzt, ermöglichst du nicht nur eine erfolgreiche Eingliederung in das Unternehmen, sondern auch in die Gesellschaft.